Wie war es für mich sehr wichtig, Wolfgang den Film einfach so zu geben und nicht dabei zu sitzen und zu kontrollieren, wie es sein wird, also wie es riechen wird. Diese Art, also diese Komposition ist etwas, wofür er zuständig ist und er kriegt den Film von mir. Der Film ist fertig, der Film wurde auch gezeigt und für mich ist es einfach interessant, dabei meine eigene Arbeit neu kennenzulernen. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass durch diese Ebene von Gerüchen, die sehr, sehr primitiv ist und sehr assoziativ funktioniert, dass man dadurch manche Hinsichten der Arbeit und deren Geschichte, dass sie vielleicht noch stärker rüberkommen oder noch wilder oder noch bedrohlicher vielleicht. Und so stelle ich mir das vor. Aber es wäre für mich wirklich das erste Mal und eine Überraschung. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich nehme an, dass es funktioniert. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.